Willkommen zu einem weiteren Artemis Feed Tutorial. In folgendem Tutorial erfahren Sie mehr über die Funktionen des APM Generators. Mithilfe des APM Generators können Sie künstliche Drehzahlsignale erzeugen und als analoge Kanäle in Ihren Messdaten einfügen. Somit können Sie für Ihre Messungen zum Beispiel auch Analysen über die Drehzahl oder Ordnungsanalysen durchführen, obwohl die Drehzahl bei der Messung nicht erfasst wurde oder fehlerhaft ist. Um für eine Messung einen Drehzahlkanal zu erzeugen, öffnen Sie die Datei im Head Navigator oder eine Marke im Source Pool mit einem Rechtsklick und Open with APM Generator. Nun öffnet sich der APM Generator als neues Dokument. In den beiden Diagrammen werden die FFT vs. Time-Analyse und der Drehzahlverlauf des Signals dargestellt. Beim ersten Öffnen besitzt die Marke noch keinen Drehzahlkanal, deshalb wird die Drehzahl 0 angezeigt. Im rechten Bereich des Dokumentenfensters haben Sie Zugriff auf die Einstellungen zur Berechnung der Drehzahl. Um die Drehzahl zu ermitteln, geben Sie zunächst eine Ordnung ein, die in Ihrem Signal vorhanden und in der Analyse deutlich zu erkennen ist. Klicken Sie nun auf Mark Prominent Order und dann im Diagramm auf einen Punkt des Ordnungsverlaufes der eingegebenen Ordnung, um einen Referenzpunkt festzulegen. Besonders geeignet sind dabei steigende oder fallende Flanken. Mit einem Klick auf Start Detection startet die Drehzahlgenerierung. Im unteren Fenster wird Ihnen nun der berechnete Drehzahlverlauf des Signals angezeigt. Mit einem Klick auf Save HDR Fall wird das Signal als neue HDF-Datei mit dem zusätzlichen Drehzahlkanal erzeugt. Zusätzlich können Sie den Namen des neu erzeugten Kanals bestimmen und die Drehzahlinformationen zeitlich begrenzen. Sie können diese Funktion zum Beispiel dafür verwenden, um nur die steigende Flanke der Drehzahl in die neue Datei zu schreiben. Die neue HDF-Datei können Sie nun in den Sourcepool eines Poolprojekts einfügen und drehzahlabhängige Analysen durchführen. Nutzen Sie je nach Anwendungsfall weitere Funktionen des RPM Generators. In der oberen Leiste können Sie den Kanal auswählen, der für die Analyse bzw. Generierung der Drehzahl verwendet wird. Sollte Ihnen ein Beschleunigungskanal zur Verfügung stehen, eignet sich dieser in der Regel besser, da Ordnungsverläufe klarer aufgezeichnet werden als bei Luftschallkanälen. Unter Spectrum Size können Sie die Fenstergröße der dargestellten FFT-versus-Time-Analyse einstellen, um zum Beispiel eine Ordnung genauer markieren zu können. Diese Einstellung hat keinen Einfluss auf die Drehzahlberechnung. Außerdem können Sie im Diagramm des RPM Generators alle Funktionen nutzen, die Sie aus dem Diagramm des Data Viewers gewohnt sind. Dazu gehören zum Beispiel die Cursor-Funktionen, die Sie mit einem Rechtsklick in das Diagramm erreichen oder die Einstellungsmöglichkeiten der Achsen, die Sie mit einem Rechtsklick auf die jeweilige Achse erreichen. Damit haben Sie einen Einblick in die Funktionen des RPM Generators bekommen. In einem separaten Tutorial erfahren Sie mehr zu den Funktionen und Einstellungsmöglichkeiten des RPM Generators, zum Beispiel wie Sie mithilfe der Detection Area einen Drehzahlkanal mit unterschiedlichen Einstellungen erzeugen können.